Was geht ab? Ja, hast du jetzt auf dieses Video geklickt, das übelste Clickbait-Video. Warum? Keine Ahnung. Ich will mehr Klicks generieren. Ich trankuliere mich gerne beim Masturbieren. Ja, ich habe das mal in einem Film gesehen. Das war dann so, dass ich das nachmachen musste. Du musst das auch nachmachen. Jeder muss das nachmachen. Hui, chillies, plietsche. Wenn keine Autos fahren, dann ist es hier relativ ruhig. Ansonsten Gewitter im Arschloch. Was soll ich sagen? Ich mache nicht diese Videos, wie andere YouTuber machen. Ich will mein Gesicht nicht zeigen, weil das ist privat. Und das ist mir ein bisschen peinlich, weil ich choke mich selber beim Masturbieren. Und das macht mich richtig geil, weil das Blut ist dann gestaut in meinen Kopf. Und ich habe dann quasi ein bisschen die Ohnmacht. Und das Blut geht alles in den Penis rein. Und deswegen ist das richtig geil, finde ich. Now you do what they told you. Now you do what they told you. So wie in diesem Lied von Rage Against The Machine. Du musst jetzt sowieso wegklicken und das machen. Da musst du eine Schlinge um deinen Hals legen. Und das Teil an der Heizung festmachen. An der Heizung, so ungefähr wie hier. Du musst es daran festmachen. Und dann um deinen Hals. Und dann kannst du dich so würgeln, während du so daran hängst. Aber daran sind schon viele gestorben. Jedes Jahr erhängen sich 600 Menschen in Deutschland. Selbstmord durch Erhängen. Das ist ganz normal. Oh Scheiße, ich habe sein Gesicht gefilmt. Ich glaube, er wird mich anzeigen. Fuck. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt gerade so zur Arbeit. So ganz normal, ne. Und da habe ich solche Gedanken. Weil diese Gedanken. Oh fuck, ist das hier. Die werden von... Das sind nicht meine eigenen Gedanken. Ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Ist echt so. Von Satan diese Gedanken in meinen Kopf implantiert. Und was will ich dagegen unternehmen. Ich... Ich kann nicht... Also ich muss dagegen ankämpfen. Aber manchmal übernimmst du die Oberhand. Und dann... Das ist ein... Du weißt schon, dass dieses ganze Video nur eine Psychose ist. In deinem Kopf, okay. Alles das hier... Das ist nur in deinem Kopf. Das ist ganz real. Wie lange habe ich schon? Noch drei Minuten, okay. Wie... Super blirrt. Guck mal, dieser Abonnier-Button, ne. Warte, wo ist der? Ich weiß, wo der ist. Warte, wenn ich so gucke. Umgedrehtes Spiegelbild. Dann... Ist das da... Da... Und... Es ist rot. Und... Deswegen... Ich hätte richtig Bock, meine ganzen Abonnenten, die ich habe, mit Benzin zu überschütten und dann zu verbrennen. Ich meine, dann habe ich keinen Freund mehr, aber dann... Und...